So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Vice in der Randomizer Nasroth Challenge. Im letzten Part haben wir sowohl gewonnen als auch verloren. Wir haben nämlich das Schmuthelm Caliban für unser Team gewonnen. Und wiederum Skor das Radfratz verloren an einer Randomerzieherin, die ich erst noch mit ihrem Namen aufgezogen habe. Aber so ist das nun mal, ne? Radfratz bleibt aber noch im Team bestehen, aber ich darf es nicht mehr zum Kämpfen verwenden. Dafür ist es aber für Zerschneider gedacht. Genau, und falls wir noch eine VM brauchen in geraumer Zeit, ist es dafür auch ganz gut, denke ich. Ey Trainer, komm lass uns kämpfen. Okay, okay, okay. Dann zeige mir, was du kannst. Vorschüler Finn. Ach, sollst du am Vorschüler schon ausrichten können. Oh, ein Gladiantri, irgendwo. Ja, Gladiantri ist ein ekliges Pokémon für uns jetzt noch, weil wir haben ja nur Normal- und Psycho-Attacken mehr oder weniger. Ich meine, Schmuthelm, den kann ich hier nicht kämpfen lassen. Und Normal-Attacken machen natürlich wenig Schaden, wegen dem Stahltyp. Und Psycho-Attacken wirken nahe gar nicht, wegen dem Unlicht-Typen. Von daher müssen wir einfach aufs Westdorfen. Komm, wir haben einen Download auf Angriff. Ne, ist leider nur der spitze Angriff. Das finde ich nicht so gut. Hintet sich Download nach irgendwas, irgendwie nach den Werten des Gegners oder so? Wir wissen, welche Verteidigung da höher oder geringer ist oder so. Richtet sich da nach irgendwas? Bei Download? Ich weiß das nicht. Oh, Zornklinge. Macht Schaden. Und da hat er erhöhte Volltrefferquote. Von daher, ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen sollten wir schon, denke ich. Vor allem, wenn er mich jetzt lieber blickt. Vor allem, wenn er mich jetzt lieber blickt, sollten wir doch ein bisschen aufpassen. Mit der guten alten Zornklinge. Ah, noch einen Tackle wäre futsch, ne? Oh, Kratzer. Hat Schaden gemacht. Möchte ihn nochmal fressen. Aber okay, wunderbar. Und Level 13 für Io. Kalabin erreicht kein Level. Ah, mir sind die Kampf gegen Pokémon ausgegangen. No, du armer. Du armer kleiner Vorschülerfinn. So, da gehen wir natürlich mal heilen, weil es mir doch, glaube ich, sicherer, wenn wir wenn wir Porygon zumindest voll geheilt haben. Didi ist mir besser. Aber das haben wir ja ganz gut besiegt, das Gladiantrie. Von daher sehe ich da eigentlich nicht so eng die Sache. Komm Trainer, du wirst jetzt gegen mich kämpfen. Okay, okay, okay. Dann zeige mir, was du hast. Ja, Pfieker. Ein Knütz. Ich mache mich über keine Namen mehr lustig. Ich habe aus dem letzten Part raus gelernt. Meine Hades, es tut mir sehr, sehr leid. Alle, die mein Hades heißen, es tut mir sehr leid, was ich im letzten Part gemacht habe. Ich habe ja meine Rache dafür bekommen. Ich habe ja meine Rache mit dem Verlust von Ratz Ratz bekommen. Ich sehe es ein. Es war nicht in Ordnung von mir. Will ich jetzt wirklich so kämpfen? Wofür macht mir mein Blut sogar? Ich glaube, ich will nicht so kämpfen. Das sage ich ganz ehrlich. Sei ganz offen und ehrlich heraus. Dann kommt jetzt Lars Miranda. Wenn sie will, ja, ne? Ne, nur Miranda. Los Miranda. Haha. Deckel kannst du ruhig machen. Deckel sollte mir... Okay, ein Kripp natürlich macht mir schon mehr Schaden, aber ein Deckel sollte jetzt nicht auch zu sehr wehtun. Ne, jetzt ist glaube ich kein Gift-Pokémon. Ne. Eins der wenigen Pflanzen-Pokémon, die kein Gift-Pokémon zusätzlich sind, weil... Dann wäre das hier ja doch ein bisschen sehr effektiver. Ein bisschen sehr effektiv wäre das dann. Aber naja, ne. Kalabin erreicht auch Level 10. Das ist gut. Komm schon, Trainer. Das war einfach noch viel zu stark für mein Team. Okidoki. Na gut, heilen wir nochmal. Heilung ist erforderlich. Genau so sieht es aus. Ich habe übrigens Angst vor dem Doppelkampf, der uns unten erwartet. Weil unsere Team-Mitglieder ergänzen sich gar nicht mal so gut. Mal sehen, wie du dich gegen den Hyperstrahl schlägst. Nimm das. Ich hoffe, er hat jetzt nicht wirklich einen Pokémon mit Hyperstrahl. Der gute Amadeus. Amadeus, Amadeus. Nun, Labitar. Ich glaube, ob das Hyperstrahl lernt. Ich glaube, fast jedes Pokémon kann Hyperstrahl lernen. Aber die meisten können nicht so viel davon Gebrauch machen. Auch allein schon wegen diesem Warten. Warten, Warteding, sag ich mal. Also schon mal zu Io. Einfach, weil wir was können. Auch wenn er natürlich mit seinem Normalattacken nicht so viel Schaden machen sollte. Das ist ja nur ein Gesteins-Pokémon. Ja, ist ja nur ein Gesteins-Pokémon. Und natürlich steigt jetzt der Angriff, wo ich ihn nicht mit Angriffen punkten will. Hier geht es nämlich mal auf den Psystrahl. Mal gucken, wie viel der macht. Jo, jo. Sieht doch gut aus. Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Sieht doch ganz gut aus. Sieht ganz töffter aus, würde ich behaupten. Und noch ein Psystrahl hinterher. Oh, reicht der Köln? Es reicht ja nicht. Nein, es reicht ja nicht. Verdammte Axt, du. Verdammte Axt. Na gut, dann noch ein Deckel hinterher. Noch ein Deckelchen. Na gut. Jetzt ist es aber Fujikado. Kein Level ab. Au, 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 au. Aber, ja, ja. Hast du für ein bisschen verbrannt, du, mein Kleiner. So, rutschen gehen wir auch eine Runde. Das war ja. Das war ja jetzt mehr als lame. Ich dachte, wir rutschen hier wenigstens runter. Aber das ist ja wirklich nur eine beidseitige Treppe. Das ist ja grotesk. Das ist ja mehr als lame, du. Die ist ja super lame. Ich dachte, wir können jetzt wenigstens mal hui machen. Aber nein. Nein, wir dürfen nicht runterrutschen. Na dann halt nicht. So, wie gesagt, ich habe Angst vor dem Doppelkampf. Aber ich denke, mit Sonja und Kalle sind wir gut gewordnet. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Viel mehr Auswahl haben wir auch nicht. Aber wir probieren es, ne? Wir werden mit Vereinigten Kräften alles geben. Also pass gut auf. Hm, 1 plus 1 macht zusammen genau 2. Ja. Ja, in der Tat, das hast du gut erkannt. In der Tat. Eva und Ute. Oh. Toxipad gefällt mir. Das sollten wir relativ schnell futsch kriegen. Schallquap ist okay. Der sollte nicht viel können. Schallquap sollte nicht viel können. K-Nun. Hm, okay. Ich bin mir aus. Ja, dann gehen wir auf Schallquap mal mit Giftstache. Und auf Toxipad gehen wir mit dem hier. Oh, äh. 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 Das ist ja widerlich. Okay, wir sollten auf jeden Fall gleich mal auswechseln. Dann doch. Ich glaube, er trifft beide. Ist okay. Das ist ja eben, wir besiegen jetzt das Toxipad. Dann können wir nochmal drüber reden. Okay. Ich habe nie was gesagt. Ich habe nie was gesagt von Auswechseln. Habt ihr nie gehört. Habt ihr nie gehört? Habe ich nie gesagt. Habe ich nie was von gesagt. Von daher. Einfach weitermachen. Dann nochmal das gleiche Spielchen auf Schallquap. Das war zwar die falsche Richtung, aber ist auch okay, Miranda. Boah, reicht das mit dem Blutsauger? Ja, reicht. Es reicht. Ja, es reicht. Das war jetzt ein einfacherer Kampf, als ich erwartet hätte. Ich will natürlich mein Maul nicht zu weit aufreißen, weil wer weiß, was noch kommt auf diese Route, ne? Aber der war jetzt einfacher als die Kindergartenkinder. Was soll ich denn mit Begrenzer? Was soll ich denn mit Begrenzer? Begrenzer ist so eine komische Attacke, ne? Ah, los, streng dich noch mehr an, mein kleines Pokémon. Oh nein, mein Pokémon geht anscheinend die Booster aus. Begrenzer ist, glaube ich, das limitiert alle Takken, die das gegnerische Pokémon auch hat oder so, und dann kann er die nicht einsetzen. So ganz, ganz merkwürdig wilde Attacke, die ich nicht so richtig definieren kann und will. So. So. Ich wollte auf die Karte gucken. Was wollte ich mein Team angucken? Ich wollte auf die Karte gucken. Denn ich wollte gucken, wo habe ich... Ah, müsste ich jetzt nicht schon auf einer neuen Route sein, wo ich ein Pokémon fangen kann wieder? Ja, Route 3, ne? Hier gab's... Äh, hier gab's das Schnuthelm. Route 2. Was soll man denn Route 2 fangen? Route 2, was gefangen? Rappfratz wahrscheinlich, oder? Ne, Route 1 war dann Rappfratz. Route 2 war Dingsbums. War Somniam. Und Traumbracher war dann Schnuthelm. So rum war's. So rum wird ein Schuh draus. Hab ich gerade gefragt, haben wir irgendeinen Encounter verpasst? Aber nein, alles fein. Also wenn wir jetzt hier einen Encounter finden, dann dürfen wir den mitnehmen. Tipps für Trainer. Das Pokémon links oben in deiner Pokémon ist das besonders wichtig. Denn dies ist das Pokémon, welches im Pokémon Kampf als erstes antritt. Tatsächlich. Uuuh, ii, Scheren. Die habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Flo, warte, lass uns testen, wer von uns beiden Träger... Träger in der Strie-Orens stärker ist. Okay, okay, okay. Die habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber okay. Scheren. Eine Art Scherenbewegung. Was? Hat er denn? Nidoran. Okay, okay. Gegen Nidoran haben wir eine gute Antworten. Das ist das Gute. Gegen Nidoran haben wir ziemlich gute Antworten. Hiti ist das Positive, dass er Nidoran als Starter hat. Und dann auch später bei Nido King wird das ganz gut sein. Und bei Nido King wird das später auch ganz gut sein. Schnabel kann er machen? Kann er meinen Träger machen? Ach so, hat er gar nicht gemacht. Ja, das habe ich nur erkannt. Weil es wahrscheinlich seine stärkste Angriffsattacke ist oder so. Na gut, Energiefokus wird für den Volltreffer. Aber auch das ist in Ordnung. Wirklich, wirklich. 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 Das kleine Bisschen hättest du nicht noch mitnehmen können. Aber deine Attacken sitzen nach wie vor. Danke, ich weiß. Ich weiß. Wenn sie jetzt mal das andere eingehen, ne? Schon wieder am Volltreffer. Mit Energiefokus für die ganze Runde, solange das Pokémon auf dem Feld steht. Ich heile mal vorsichtshalber, ne? War ja jetzt nicht abzusehen, dass da ein Kaffee übrig bleibt. Darum habe ich es nicht einfach Psystrahl genommen. Stopp Psywelle. Naja, jetzt können wir auch nochmal Psywelle angreifen. Jetzt ist auch egal, ne? Jetzt ist auch egal. Setz mal doch Psystrahl ein. Blöde Sau, du. Blöde Sau. Blödes Nidoran. Also wirklich. Bin. Bin empört. Na gut. Aber Level 11 für Kalaberni. Das ist schön und praktisch gleich hinterher. Auch ein schönes Pokémon für uns. Sollte er jetzt nichts haben, was uns groß zusetzen könnte, oder? Der Überblick ist natürlich nicht so schön, aber er sollte nichts haben, was uns groß zusetzen könnte. Aber wenn er die behält, dann wird das hart. Der Meistergriff ist schon eine Nummer für sich, ne? Der Meistergriff wird später schon eine Nummer für sich. Wieso nur? Dabei haben wir doch gleich viele Orden. Tja, aber ich bin besser. Stehe, so kennst du also. Aus dem Weg da. Weg da. Achso. Statt des Verbell. Was war das denn jetzt? Hoppla, Bel, warum rennst du denn so? Sag mal, wo sind diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun sagt schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben sich aber schnell verkrümelt. Und was fällt nun? Was fällt nun aus meinem Pokémon? Du machst dir doch keine Sorgen. Alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Bel, warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halt dich mal gut fest. Diese Typen von eben haben den Mädchen hier sein Pokémon weggenommen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na los, Flo, wir rühren das Pokémon zurück. Bel, du bleibst hier bei den Mädchen. Ich gehe dann mal kurz heilen. Ich gehe dann nochmal kurz. Ich lasse euch mal ein. Du machst das schon, Sharon. Ich mache... Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich denke. Lieber Sharon. Danke. Danke für deine Unterstützung. Naja gut, dann fangen wir uns aber an. Wir sparen den Encounter, bevor ich den Rüben hier hinterher latsche. Ich kann aber schön knicken, dass ich hier... Ich hier erst den Leuten hier hinterher renne. Bevor ich nicht meinen Encounter für die Route 3 gefangen habe. Der könnte aber knicken, du. Flurme. Mensch, ich kriege aber auch nur Normal-Pokémon. Das ist ein nettes Pokémon. Hat glaube ich auch einen ordentlichen Angriff. Also als Krawumms dann. Und dem wegt es sich glaube ich relativ zeitig. Ist kein schlechtes Pokémon, muss ich tatsächlich gestehen. Ja. Ich glaube, Krawumms würde mir gefallen im Team. Später. Denn... Flurme ist halt auch kein so schlechtes Pokémon, ne? Macht ganz guten Schaden, denke ich. Okay. So. Jetzt werfen wir auch gleich Bälle. Noch eine Blutsauger möchte ich natürlich nicht drauf hauen. Das wäre ein bisschen kritisch, glaube ich. Aber Flurme gefällt mir. Flurme gefällt mir tatsächlich. Ich glaube, ich habe da schon einen Namen. Hm, doch. Doch, mir fällt da gerade ein Name ins Auge. Den ich ganz gut finde, denke ich. Okay. Normalerweise klingen seine Rufe wie gemorben. Er hat es aber Angst. Das ist so laut wie ein Flugzeug. Okay. Und wir nennen es Kalypso. Irgendein Mond, wie gesagt. Und was auch immer. Kann ich euch nicht so genau benennen. Wahrscheinlich von Saturn oder was auch immer. Von irgendeinem Planeten unseres Sonnensystems. mond oder von einem anderen sonnensystem aber der name gefällt mir kalipso denke das passt so und dann löschen wir noch aus meiner liste einmal raus löschen bitte dankeschön speichern und dann kann sie gerne weitergehen so ich renne jetzt einfach in die andere richtung okay bei lesbisch nicht immer schade ich bitte dich floh nimmt dieses team plasmat pokémon wieder ab so wir werden natürlich kalipso auch gleich ein bisschen mit trainieren wollen muss auf den letzten platz das habe ich so vorbestimmt und dann werden wir erstmal noch mal kurz kalipso natürlich wäre glaube ich die bessere variante für uns alle können wir ja nicht so von sitzen lassen sondern so ein halb geschwächtes pokémon können wir nicht einfach mit uns mitführen stattdessen jetzt aber wirklich hier die plasma in den kragen hoffen wir einfach mal ich weiß gar nicht wie weit die hier weggelaufen sind wo weit wie weit die vorgelaufen sind naja in der höhle sind sie aber ist mir erst mal egal erst mal die hier erst mal die dame oder ein team macht aber einen sehr guten eindruck zeigt mir wie du es trainiert hast mit jedem menge geduld und spucke meine liebe frau meine liebe züchterin und die lehrer drei pokémon schon ansagen die funktionierten aufruhe noch mal ich muss mal ganz kurz gucken wie aufruhe funktioniert nicht dass wir dann nicht rauskommen aus der attacke haben wir da greift an indem er über drei runden dann weg ein aufruher zahlt verhindert schlaf und ich glaube man kann trotzdem wechseln wieso war das doch bei aufruhe gut heuler ist hat keine wirkung auf uns lernschutz ist eine sehr gute fähigkeit so im frühen im frühen spiel glaube ich tatsächlich ok aufruher wird doch über mehrere runden ok da kann ich nicht zwischen wechseln aber das ist nicht so schlimm wir sind nicht so schlimm wie seit wir drei runden das ist nicht so dramatisch tatsächlich bei den pokémon sehr schön wenn die neuen schon er sehr schön er ist sehr schöne level korver dann haben wir selber ist glaube ich ganz gut da auch wieder mit aufruhr und dran sitzen oder das geld noch stimme voll treffen kannst du ich machen jetzt macht er gerne und wir sind ja verhindert vom schlafen haha ich glaube ich glaube flohme gefällt mir richtig gut ich glaube flohme hat das potenziell mein lieblings teammitglied das erste zu werden ich glaube das ist cool ich glaube das wird sehr sehr cool so vor allem kakelo und krawumms gefallen mir auch sehr designtechnisch tatsächlich und so kakelo habe ich seit pokémon mystery dungeon irgendwie eine sehr besondere binde jolo sage ich dazu nur ne vielleicht doch nicht so jolo aber auch das sollte mit zwei aufrufen zu kakelo sein von daher nicht so dramatisch ja guck mal guck mal kein problem kein problem sagt sich nur mir da gefällt mir gefällt mir richtig gut das level schnell das ist verstehe trainierst es also nehmen wir zusammen auf reisen geht hand hat in der tat und sie gut erkannt hier gibt es ein pokémon dass du besonders wertschätzt und sie nicht wäre okay ist okay wenn man mit einem pokémon durch dick und dinge geht wird es eine ganz natürlich beziehung zu dir aufbauen und dich genau verstehen und ein schutz das gefällt mir auch gut vor allem mit dem aspekt dass wir gleich eine höhle gehen gefällt mir das ziemlich gut wir gehen natürlich mal heilen heilen muss ein heilen wer heilen will muss oder so ähnlich heilen beile aber wie gesagt hat bleibt so lange im team wie wir es wirklich wie wir in der vms benötigen oder bis unser team tatsächlich doch noch ein nützliches mitglied bekommt hat so lange im nicht im team aber halt im team im spiel sozusagen ist da wie ich meine die kerle sind hier reingelaufen flow du hast doch allen wegen vorbereitung getroffen oder ja sicher dann lass uns mal hineingehen ich habe ich habe geheilt und soja gut wasser senker ok 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 bei denen stößt man nur auf taube ohren echt ein lästiger haufen als ob ein solches kind pokémon adäquat behandeln könnte da können einem die pokémon doch nur leidtun oder nicht mit deinem pokémon fällt es sich nicht dann das gibt sie uns ach was wir nehmen sie uns einfach das ist dann das letzte was heute noch machen ich hoffe es wird kein zu intensiver kampf aber ich bin eigentlich ganz guter dinge das jetzt nicht schmeckt der kohle das wird ich lecker sagen gibt aber wir haben ja sommer durch dann wieder sage ist okay wo ich dann wieder sage ist okay mit dem sommer war sollte das fit gehen da sollte das fit gegen gegen einen makuhita mache ich mir nicht allzu große sorgen armstoß ja ist okay ist okay ja reicht jetzt aber auch reicht jetzt aber auch man muss es ja nicht ausreizen meine lieben freunde meine freunde man muss es nicht ausreizen und da war makuhita futsch ja mensch ich habe doch nie was gesagt gegen makuhita oder ich verliere gegen ein kind was für ein schock ich habe mir denn wenigstens auch bestanden da muss genau noch herausfahren wieso weshalb warum wieso ist die banane krumm wir sind im recht wir können wieder verlieren gut gemacht los geht uns jetzt pokémon zurück warte du brauchst es nicht zurück zu geben das weitere kommt es ist schon traurig wir werden nicht nur missverstanden man stellt sich uns auch noch in dem weg ihr seid zu zweit und wir auch wir demonstrieren euch jetzt unseren zusammenhalt dann erkennt ihr schnell dass wir im recht sind da muss irgendwie ein nest von denen sein ihr seid nicht zweiter als pokémon die wohn daher mal lieber ganz still wir zeigen es denen jetzt mal dass man sich mit seinen kasten freunden besser nicht anlegt jetzt machen wir noch einen doppelkampf jetzt machen wir noch einen doppelkampf na gut na gut dann halt einen doppelkampf da hinterher noch geht klar geht klar jordkampf ist okay zweimal jordkampf das ziemlich klein das ziemlich klein und langweilig muss ich tatsächlich gestehen wie weit trifft aufruhe eigentlich trifft aufruhe und mich sogar bei der aufruhe kann ich nur auf mich auf einsetzen interessant aufruhe geht also nur auf mich müssen wir mal schauen wie sieht das aus wird ja greift das nieder an das ist mir egal das gehört nicht zu mir das gehört nicht zu meinem team das ist mir scheißegal ich möchte ich wissen wie aufruhe funktioniert trifft das alle vielleicht sogar doch nicht okay hat sich einfach einen ausgesucht na gut nehme ich auch an nehme ich auch an müssen ordnung ja okay okay nun dann schubst die wupps weg mit your clef reicht und war schon level 12 lang lebt ich mir das mal moment mal habe ich etwas verloren wie konnte team plasma bloß gegen so ein schwächliches team verlieren also ich würde es nicht als schwächlich bezeichnen aber okay wir nehmen den törichten menschen die pokémon weg und befreien diese so von ihrem schrecklichen joch echt ein lästiger haufen was für ein grund sie auch anführen mögen den leuten ihre pokémon wegzunehmen also das geht gar nicht ihr trainer ihr bedeutet die pokémon ihr beutet die pokémon doch am meisten aus wieso sollten trainer ihre pokémon ausbeuten das ist doch unsinn das pokémon könnt ihr wieder haben aber es kann einem nur leid tun unter eurer tyrannei eines tages fertig eure eigene dummheit erkennen ok die trainer bringen das beste an den pokémon zum vorschein die pokémon vertrauen ihren trainern und wachsen so über sich hinaus ich verstehe nicht wieso einem die pokémon leid tun sollten also flo ich bring ihr das pokémon zurück jo macht doch sharon ich beende jetzt den part ich hoffe der part hat euch gefallen wenn es ist würde ich mich selber ein daimchen nach oben freuen ein kommentar ist ihnen so gern gesehen und um nichts mehr zu verpassen abonniert gerne den kanal und aktiviert die glocke bis dahin sage ich tschüssikowski euer flasztv bye bye